Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Wreckfest und es geht schon wieder los mit dem Paralyzer Hallo, von dem Ingo Viva So, und Paralyzer wird schon von der Strecke gedrängt, alter Vater, es war wieder so eine ganz... Nein, doch nicht! Ach, du bist gerade... Ah, hier, was denn... Komm, geh weg! Nein, was machst du denn? Nein, was machst du? Ja, was machst du? Oh! Wir spielen gerade Race, also eine Rennstrecke ganz normal und rennen eins von vier Labs, also denke ich, man dauert jetzt auch ein bisschen länger Es ist so verdammt schwierig, auf den blöden Server zu kommen und selber erstellen... Ach, du Scheiße, boah Boah, ich spiel gerade mit dem Xbox-Controller, ich muss mich jetzt mal in diese Steuerung gewöhnen Ist schwer, oder? Ja Ah, ich bin noch erster Noch? Noch Deswegen kam ich ja auch immer am Anfang hier ins Schlittern Ja, kommt aber richtig ins Schlittern hier, ey Oh, voll Handbrin gezogen und voll in die Mauer, ey Uh, uh, der Schl... Ah! Das gibt's nicht, ey Kack die Wandern So, eine Runde ist vorbei Bei mir Ich muss mal... Alter! Das gibt's doch nicht Ich hab gelesen, das Projekt hier, äh, Wreckfest, war eine Kickstarter-Kampagne Ähm, für alle, die das nicht wissen, das ist halt so, man spendet halt dann Geld Und dadurch wird das Projekt dann auch finanziert, auch Ja, nicht nur, nicht nur, aber halt dann auch Und das wurde aber frühzeitig irgendwie rausgeworfen Und, äh, die ist auch nicht mehr... Die ist noch nicht ganz so geglückt, die Kickstarter-Kampagne Darum ist es, denke ich mal, auch noch nicht ganz so fertig Weil, wie gesagt, mit dem Server erstellen, wir haben es ausprobiert Und man kann zwar createn, aber es kann keiner... Aber es kann keiner hin... Genau, das ist es, man muss halt über eine dritte Plattform, muss man halt, ähm, oder eine zweite eigentlich Muss man, ähm, dann halt irgendwas einstellen, mit Daten, dies, das, das, IP und so Und dann kann man erst einen Server erstellen Und das ist uns ein bisschen jetzt für so zwischendurch eigentlich, finde ich, ein bisschen zu umständlich Um mich da irgendwo wieder anzumelden extra Darum müssen wir halt immer so lange warten, bis irgendwann mal ein Server frei wird Alter, die Steuerung ist so schwer, die Karren auf der Straße, die schlitter und sowas von Ja, ob da irgendwie hier Butter auf der Straße liegen würde Schön die deutsche Marken-Butter Im Moment, äh, mache ich mich ganz gut, also ich höre auch gar kein Auto hinter mir Wobei ich hinter dir bin Ernsthaft? Ja, keine Ahnung, was die anderen zwei machen Ich bin eben an denen vorbeigefahren Achso Ja Ja gut, wenn sie jetzt Geisterfahrer spielen wollen Da ist einer Überrunde ich den jetzt schon? Kann das sein? Ja, aber die machen sich selber kaputt, ey Boah, sind die blöd Das werde ich auch gleich erstmal im Chat schreiben, ey Nein! Nein, ich bin voll gegen die Maul gefangen Oh, ich habe mich gedreht Oh, also ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, vor Paralyzer zu bleiben Ja, ich möchte halt gewinnen So Und jetzt die letzte Runde startet ab Jetzt Boah, die erste Kurve, die, die Da rutsche ich immer weg, ey Ja gut, auch mit Ich glaube 400 PS hat meine Aber 300 noch was PS Und ich habe mal die Farbe geändert Bei mir ist halt das Auto so wie bei den, äh, bei den Blues Brothers In der gleichen Stelle wird er gegen die Mauer gefahren, ey Die Kahn zu steuern ist richtig schwer Und täglich grüße als ein Murmeltier, sage ich nur Alter, sie eiert mein Rad, ey Mein Rad vorne hängt auf halb acht Boah, es ist ja mehr Driften als Rennen, ey Ja, ey, die driften übelst So Jetzt gleich im Ziel Und ich bin der Erster Ja, endlich mal Das war ja War jetzt nicht schwer Wir waren ja nur vier Leute, ja Ja, trotzdem, hallo Das sind alles Profispieler gewesen Äh, Profi Finisht Sehr schön Was macht denn der andere? Keine Ahnung Ach so schön, ich kann ja den Autos zugucken Parallel Oh, ach du Scheiße, wie siehst du denn aus? Ey, das ist ja wie eine Zahn Ich glaube wieder meine Stelle Zahnpasta, äh, 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 Tube, ey Alter, Fanta Ist dein Auto demoliert, ey Und die anderen sind die gar nicht mehr da? Doch, die fahren auch noch Keine Ahnung Doch, doch, der drei Melo ist noch drin Aber der andere Typ ist raus Also wir sind noch zu dritt Also Ja, das sieht man auch noch Das ist noch so ein bisschen Packy ist Also Genau Ich fahrt durchgefahren nach dem Rennen Fahrt nicht zwar weiter Von meiner ist jetzt gegen die Wand Die ganze Zeit gefahren Genau Ähm, ja Okay meine Lieben zu schau Ich würde sagen Das warst du denn jetzt auch schon Für diese Folge, oder? Genau Ja, natürlich Ach, klar Ja Und ja, wenn euch das Video gefallen hat Könnt ihr gerne eine Bewertung da laden Oder einen Daumen nach oben Schaut doch bei Ingo Vivo vorbei Und ich würde sagen Macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss